Alice Garvey-Darstellerin Hersher Parady ist am 23. August im Alter von 78 an einem Hirntumor gestorben. Auf Social Media trauert der unsere kleine Farmcast um Hersher. Melissa Gilbert, die in der Serie Laura Elizabeth Ingalls verkörpert, meldet sich auf Instagram zu Wort. Mit einem Flashback-Foto aus der Serienzeit widmet sie liebevolle Worte an Parady. Die unverschämte, mutige, sexy, witzige, warmherzige, großzügige, talentierte, liebenswürdige, urkomische und brillante Hersher Parady ist von dieser städtlichen Hülle geschlüpft. Ich habe sehr gerne mit ihr gearbeitet. Ich habe sie wirklich sehr geliebt. Wir senden ihrem Sohn Jonathan, ihren Enkeln und allen, die sie geliebt haben, so viel Liebe und Gebete für ein friedliches Herz, so Melissa weiter. Auch Nellie Olsen-Darstellerin Alison Arngrim findet liebe Worte. Wir haben gestern Abend unsere Hersher verloren. Sie war schon eine Weile krank, hat sich aber, wie es ihre Art ist, wacker geschlagen. Die Welt wird ein weniger bunter Ort sein. Wir bringen wieder den Worte mehr an, wie es ihr kennt. Vielen Dank.